Nächstes Jahr startet die Suche nach einer neuen Dance-Crew, die in Sachen Hip-Hop in Oberösterreich und Österreich dann ganz groß rauskommen soll. Und wir haben uns vorab schon einmal mit Markus Eggensberger getroffen, der der Initiator dieses Projektes ist. Und was dabei so rausgekommen ist und ob sie schon einige Hip-Hop-Moves beherrschen, schauen wir uns gemeinsam an. Dance-Workshop, we make you dance. Unter dem Motto wird eine Hip-Hop-Crew gesucht von Markus Eggensberger. Die Jugendlichen sollen durch Vorgabe von Zielen und Visionen zu sinnvoller Freizeitgestaltung angeregt werden. Aus den Castings soll schlussendlich eine richtige Hip-Hop-Dance-Crew entstehen. Und Markus sieht das Ganze so. Wir haben uns in Linz am Markt angeschaut und haben gesehen, dass es Hip-Hop-Begeisterung gibt in Linz am Markt. Und haben aber leider festgestellt, dass es sehr, sehr wenig Möglichkeiten gibt, das ordentlich und professionell auf die Füße zu stellen, Shows selber zu tanzen, professionellen Unterricht zu genießen. Und sind eben dann wir auf die Idee gekommen, dass wir das endlich mal machen und quasi für unsere Jugend in Linz umsetzen. Ja, mitmachen kann auch für sich jeder, der tanztbegeistert ist und schon ein wenig Erfahrung hat in irgendeinem der Hip-Hop-Stile. Zum Beispiel Breakdance oder Newstyle. Oder wer schon immer daheim vor MTV gestanden ist und aus den Videoclips die Bewegungen von Michael Jackson nachgemacht hat, ist natürlich eingeladen. Im Alter, haben wir gesagt, die Untergrenze ist bei 14, weil wir wollen ja quasi auch professionelle Shows dann mit den Jungs und Mädels aufstellen, die zu dem Casting kommen. Obergrenze gibt es eigentlich keine. Das sind alle, die begeistert sind, aber ich sage mal so 25, 26 werden wahrscheinlich die Ältesten sein, die kommen werden. So, wenn du dich fit fühlst beim Casting mitzumachen unter dem Thema Show Your Skills, dann bist du auf www.danceworkshop.at genau richtig. Die Workshops dazu findest du bei uns auf unserer Homepage, dass du dich optimal vorbereiten kannst. Und Mitte März geht es dann los. Alle ab 15 sind gefragt, die ihre Skills auf der Bühne präsentieren wollen. Also melde dich an. Bei euch bedanke ich mich natürlich wie immer recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Liebe und alles Gute für Weihnachten. Mögen all eure Träume und Wünsche in Erfüllung gehen. Habt eine besinnliche Zeit. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Event-Tipp von mir. Am 3. Jänner gibt es One Night in a Slut House im Club Tunnel in Linz. Ja, euch wie gesagt eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Jahr. Servus und auf Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal.